Wir haben im Prinzip unseren Einlass und jetzt kann ich mit meiner Pistole genau hier vorne reingehen. Gucken wir mal, alles momentan noch handy made. Es ist zwar hier auch eine eingebaute Airbrush-Pistole, also diese Düse, die wir hier sehen, ist die Kraftstoff-Zerstäuberdüse. Da innen drin ist da noch eine Venturi-Düse, aber ich bin ja kein Vergaser-Spezialist, das heißt, die ist aus dem hohlen Bauch entstanden. Die Idee kann durchaus sein, dass die eine Bohrung zu klein ist oder es länger sein muss oder sonst irgendwas. Wir wissen momentan noch nicht, wie der zerstäubt. Ich wollte aber eine Sicherheit haben beim ersten Test, deshalb haben wir das erstmal außer Kraft gesetzt und gehen mit der ran. Und wenn man dann mal weiß, was der für ein feuchter Gehalt braucht, dann kann ich diese Bohrung hier öffnen und halte meinen Spiegel dran und versuche genau das gleiche zu produzieren, was im Prinzip die Airbrush-Pistole macht. Das ist übrigens die sogenannte Tankbohrung. Also der Kraftstofftank da drin ist eine simple Bohrung. Und da soll es so sein, dass einmal Wasser reingefüllt wird. Das hält das Stück, dass, wenn Druck dagegen kommt, ja, und innen drin ist einfach ein Blech. Gegen das Blech macht das heiße Gas, sag ich mal, heiße Wasser, kühlt ab, die Tropfen fallen nach unten und das leichtere Gas macht oben drüber und wird gerade wieder angesaugt. Weil ich habe mal gesagt, wenn Wasser doch zurück zu Wasser verbrennt, warum soll ich dann ständig zuführen? Ich kann es ja einfach wiederverwenden. So sieht es aus. Es sind sogar extra Bohrungen drin, dass man dem Wasser es leicht macht. Da kannst du drüber, guck. Ja, das ist die Tankbohrung. Da wird einmal Wasser reingefüllt und wenn der nichts weg tropft oder sonst was, wo soll es denn hin? Soll eigentlich im Kreislauf bleiben. Kann man den Motor eigentlich drehen? Also wenn er läuft. Weil dann würde der Tank ja unter Umständen das Wasser nicht mehr so verdunsten. Da gucken wir mal, wie die Kunstflieger das machen. Weiß ich aber noch nicht. Die Kunstflieger, die im Prinzip dann auf dem Rückenflug, wenn wir dann mit dem Rucksackhubschrauber fliegen wollen, dann müssen wir das wissen, weil ich will dann auch schon mal aus der Kneipe dann im Rückenflug, dass man vielleicht wieder wach wird. Dann können wir die Straßenverkehrs auch noch nicht mehr tun. Die interessiert doch gar nicht hier. In die Baumwipfel geflogen und mal kurz in den Baum reingesenkt, bis die Bullerei vorbei ist. Du musst aufpassen, wir in der Hochspannungsleitung. Die mit ihren Wärmebildkameras, die kriegen dich dann. Kann man aber vielleicht so einen Kälteanzug anziehen. Eiswürfel, wird schön. Nee, nee, da wird er zu schnell munter, Daniela. Und ich sag mal, wo kommt das jetzt ran? Dieser Motor ist wirklich in der Lage, mit seinem innermotorischen Bypass zu funktionieren. Deshalb kann er unter Wasser laufen. Und ich war dann auch so stur und hab dieses Luftabblasventil und alle anderen Teile schon gleich mit O-Ringen ausgerüstet. Dass, wenn er das dann tatsächlich macht, will ich den innermotorischen Bypass sehen. Also man sieht hier O-Ring. Und dann wäre ich auch ideal für irgendwelche Krisengebiete, wenn es irgendwo brennt und giftige Gase. Will er den Motor reingeschickt auf einen kleinen Roboter. Und na gut, da geht die Elektronik vielleicht dann hinterher nicht mehr. Und damit soll die Luft geregelt werden. Jetzt gehen wir aber einfach hier mal rein und den Rest haben wir außer Kraft gesetzt. Wo kommt das jetzt hier an der Seite ran, irgendwie so? Der wird jetzt hier dann so ran geschraubt. Und da haben wir hier im Prinzip die Ansaugseite und hier haben wir die Abgasseite. Genau. Schraubst du den jetzt ran oder machen wir jetzt noch was anderes? Achso, als erstes wollt ihr die Frequenz... Wir wollen erst mal gucken, dass wir den zum Laufen kriegen. Helmut ist irgendwie noch am Arbeiten. Ich hab das Ding vergessen hier. Ich hab das Ding vergessen.